Willkommen, liebe Freunde. Die Infos, die ich über Bill Gates habe und dir heute hier in diesem Beitrag gerne erzählen würde, lassen einen positiven Ausgang unwahrscheinlich erscheinen. Zuletzt mahnte er uns noch so mitfühlend zur Vorbereitung. Denn das nächste Ding würde auf jeden Fall Aufmerksamkeit erhalten. Meiner Meinung nach hat er sich dadurch als Initiator des ersten Nivens verraten. Allein schon durch sein Lachen, dieses vollkommen geistesgestörte, wissende Grinsen. Und was ist ihm passiert? Gar nichts ist ihm passiert. Wenn die Argumentation auch hier jetzt wieder lautet, man lässt ihn gewähren, damit man sehen kann, wie er wirklich ist, dann beginnt das Ganze für mich unter Beschwichtigen zu laufen. Und Beschwichtigen ist einer der einfachsten Tricks, die es gibt. Will man da drauf reinfallen? Bill Gates steht übrigens klar im Bann dieser Lachkreatur, dieses Tricksters. Aber schauen wir uns doch an, was es nun für News gibt über ihn. Dabei sollte klar sein, dass das gerade erst mal ein paar Tage her ist, dass Florida ihm eine Genehmigung erteilte. Und es steht zwar Oxitec drauf, aber es ist Bill Gates drin. Und das muss denen, die das genehmigt haben, natürlich klar gewesen sein. Was hier genehmigt wurde, mein Freund? Die Freilassung von 750 Millionen genetisch veränderten Moskitos in Florida. Genetisch veränderte Stechmücken und Bill Gates hat seine Finger im Spiel. Und das wird genehmigt. Oxitec hat bereits 2018 auch in Brasilien solche Mücken freigelassen. Und die vermehren sich dort nun unbeabsichtigt, massenweise. Man kann dagegen fast nichts tun. Seitens Oxitec hieß es von Anfang an, alles wäre ganz sicher, es könne nichts schief laufen. Bill Gates hat da seine Finger im Spiel und das wird genehmigt. In der jüdischen Gematria hat Oxitec den Zahlenwert 467. Was Gentechnik ist, zeigt dieser Treffer, Alchemie. Erschreckend auch dieser Treffer, Millionen von ihnen. Den Wert 599 hat Moskito in der jüdischen Gematria. Bezeichnend dieser Treffer. Aber auch der hier, Entvölkerung, fragt sich nur, ob damit die Mücken oder wir gemeint sind. Auch eine Krankheit liefert Moskito, die Beulenpest. Hier nochmal schwarz auf gelb. Oxitec ging Partnerschaften mit führenden Vertretern der großen Agrarindustrie und der Bill & Melinda Gates Foundation ein, die dazu beitrugen, die Technologie der zweiten Generation von Oxitec voranzubringen. Zweite Generation, zweite Welle. Die erste Generation war die, die sie in Brasilien freigelassen hatten. Da es wegen der Genehmigung in Florida einen Grund zum Feiern gibt, gibt es auf Bill Gates Internetseite nun die Moskito-Woche. Und es gibt auf YouTube ein etwa 10 Jahre altes Video, wo Bill Gates einen Vortrag hält und er öffnet auf einmal ein Glas, in dem Mücken drin sind und lässt diese ins Publikum frei. Dabei meint er, es wäre doch unfair, dass immer nur die armen Leute gestochen werden. Jetzt wären auch mal die Reichen dran. Schaut euch das Kuh an, meine Freunde. Eine Nadel oder ein Stechrüssel. Ist der Strich. Ist der Stich. In seinem neuesten Video warnt Bill Gates davor, dass man trotz der Verbreitung von Covid-19 nicht das tödlichste Tier der Welt vergessen darf. Aber schauen wir uns ein anderes Video von seiner Internetseite an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wow. Würdest du an Bill Gates Stelle so ein Video rausbringen, wenn du dich nun besonnen hättest und wirklich helfen wollen würdest? Oder passt dieses Video nicht eher hierzu? Moskito Bill Gates Jüdische Gematria 853 Und ich dachte von Anfang an und dann, als ich das Video sah, noch mehr, dass dieser Moskito eine gefährliche Krankheit überträgt. Aber dann erschien dieser Treffer. Getarnter Gegenstand. Und damit könnte dieser Drecks-ID-Chip gemeint sein, den die Mücke injiziert, wenn sie dich sticht. Oxitec Gates Jüdische Gematria 670 Es ist alles real, hahaha Eine weitere Option könnte eine Bettwanzen-Plage sein. Wie auch immer, Oxitec und Gates sind Herren der Fliegen Gephe Einen Gephe 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 Einen